Moin Leute, ich bin der Stefan, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gehe ich wieder auf ein paar Fragen von euch ein. Wie findest du den neuen Trailer zum Herford Base Remake? Ubisoft spricht hier schon von einer neuen Karte und das kann man schon erst mal bestätigen. Da sind noch mal merkbar mehr Veränderungen drin, als zum Beispiel beim Clubhouse Map Buff. Sie wirkt aber manchen Szenen schon wie ein zweites Theme Park, speziell wenn man so die obere Etage des östlichen Gebäudeabschnitts von Theme Park nimmt, da bestehen schon gewisse Ähnlichkeiten von der Beleuchtung und auch den Raumgrößen her. Das Positive vom Herford Base Remake, sie ist größer geworden und es wird mehr Möglichkeiten geben, um zwischen den Etagen zu rotieren. Damit ist wohl das größte Problem der Karte gelöst, die Haupttreppe wirkt aber weiterhin wie die absolute Todesfalle. Wenn man die Haupttreppe nimmt, ist man eben zu so vielen Ecken offen, dass man sich dann doch lieber einen anderen Weg suchen sollte. Der Flur ist direkt vor einem, an den Seiten befinden sich Eingänge zu mehreren Räumen, wo überall einer stehen könnte. Die Raumgrößen vom Herford Base Remake variieren. Erst sieht man im Teaser Trailer Räume, die so mittelgroß sind und mir ganz gut gefallen. Danach sieht man aber auch ein paar, die wirklich schon echt klein wirken. Da es sich hier aber um eine Mischung handelt und nicht nur rein kleine Räume vorkommen, denke ich trotzdem, dass es funktionieren könnte. Aber ich habe es auch schon bei Villa gesagt, manchmal ist es halt ganz schön, wenn man aus mehreren kleinen Räumen einfach mal einen größeren macht. Die Beleuchtung im Teaser Trailer ist aber echt nicht so geil. Kann eventuell einfach nur daran liegen, dass es eben ein Trainer ist, bisschen stimmungsvoller wirken soll und es am Ende eben nicht so extrem ist. Aber generell, wenn ich mir das so anschaue, wirkt es in sehr vielen Räumen schon sehr dunkel. Dazu hoffe ich natürlich noch auf eine reine Tagversion ohne Regen. Villa hat ja auch nur eine Tagversion gehabt. Warum macht man nicht wieder so etwas? Oder vielleicht man sagt, okay, diese Version mit Regen, die gibt es eben nur im Casual und im Ranked haben wir weiterhin nur die Tagversion. Das wäre so mein absolutes Wunsch-Szenario. Falls es eine reine Tagversion der Karte geben sollte, denke ich könnte das Remake ganz okay werden. Weiter zum nächsten Kommentar. Ich glaube, Finka würde öfter gepickt werden, hätte sie nicht die russischen Visiere. Ich denke eher, das würde die Pick-Rate nur minimal beeinflussen. Ich bin insgesamt auch eher der Fan von den nicht-russischen Visieren. Speziell, weil ich mich auch gerne an ein Visier gewöhnen möchte und nicht andauernd durchwechseln will. Aber es ist im Endeffekt nur eine kleine Änderung, eher so ein Gimmick. Ich wähle ja keinen Operator wegen dem Visier. Das ist wie die Aufstehen-Fähigkeit von Sophia oder das Zünden einer weiteren Falle bei Ella, wenn man verletzt wurde. Das ist insgesamt ganz nett, dass es eben diese Fähigkeit gibt, aber deswegen nehme ich diesen Operator nicht. Beziehungsweise, wenn es diese Fähigkeit nicht mal geben würde, würde ich trotzdem weiterhin Ella oder Sophia spielen, wenn ich sie eben brauche. Noch nie ging in meinem Entscheidungsprozess zwischen zum Beispiel Ash und Sophia ein, dass ich ja mit Sophia wieder aufstehen kann. Sondern ich zauerte eher, hm, mit Sophia habe ich noch Betäubungsgranaten. Nehme ich mal sie mit. Aber dieses Aufstehen, nett, dass es da ist, aber deswegen pick ich nicht einen Operator. Und ähnlich würde ich das bei den Visieren von Finka auch sehen. Es wäre für mich ganz angenehm, wenn ich Holo und so spielen könnte, aber nur weil es sie auf einmal gibt, würde ich jetzt nicht mehr mit Finka spielen. Generell ist es aber ein bisschen seltsam, bei dem Vorschaubild von Finka hat sie ja auf ihrem Sturmgewehr ein Holo-Visier. Also insgesamt, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich bei Finka ein Holo-Visier ausrüsten könnte. Aber ich denke eben, um ihre Pickrate nochmal merkbar zu steigern, müssen sie ein bisschen in ihrer Spezialfähigkeit drehen. Wie fändest du die Idee, dass sobald ein Verteidiger im Team fehlt, eine Kiste im Raum spawnt, in der die fehlenden Verstärkungen drin sind? Oh ja, sehr gerne. Ich wüsste jetzt selber nicht so genau, was dagegen sprechen könnte. Um irgendwelche seltsamen Szenarien zu verhindern, kann man eventuell sagen, dass man sie erst nehmen kann, nachdem man seine eigene platziert hat, damit kein Verteidiger auf einmal mit vier Verstärkungen rumlaufen kann? Und es wäre auch nirgendswo ein unfairer Vorteil, weil man bekommt ja nichts, was man eigentlich mit einem fünften Spieler hätte. Sondern man versucht eben den fehlenden Spieler wenigstens etwas zu kompensieren. Und ich denke, das kann man sich durchaus mal überlegen. Und es passiert immer wieder mal, dass ein Mitspieler fehlt, ob nun bewusst von ihm oder dadurch, dass einfach mal das Spiel oder das Internet abgeschmiert ist. Interessant wäre ebenfalls, wenn man so einen Ansatz auch im Angriff finden könnte, indem man beispielsweise sagt, okay, ein Angreifer fehlt, der ist eben disconnected, dafür bekommt das Angreifer-Team als Ausgleich seine zwei Drohnen zum Beispiel noch dazu. Dort wäre es nur schwierig mit dem Platzieren einer Kiste, da eben die Angreifer an verschiedenen Stellen spawnen können, man eben den Spawn weiter entfernt vom Gebäude hat. Also man müsste vielleicht irgendwie da eine andere Lösung finden als über eine Kiste. Jetzt eine Frage in Bezug auf das letzte Q&A. Zu dem Zufallsoperator fände ich einen reinen Zufallsmodus als Abwechslung ganz nett. Also ich wünsche mir ja schon länger mal so kurzfristige Event-Spielmodi. Auf Dauer mit einem reinen Matchmaking halte ich so einen Spielmodus für wenig sinnvoll, da nach kurzer Zeit eben die Luft raus ist und der Spielmodus einfach aussterben würde. Falls man aber einfach mal sagt, diesen Spielmodus gibt es jetzt ein bis zwei Wochen lang und wenn ihr zehn Matches bis zum Schluss spielt, bekommt ihr einen Anhänger oder dieser Spielmodus bringt ein bisschen mehr Renown, dann kann man solche Spielmodi auch als Abwechslung zwischendurch integrieren. Halt auch nicht zu regelmäßig, damit sich dieses Prinzip nicht abnutzt, sondern der Event-Charakter erhalten bleibt und es dort simpel eher um Spaß geht und jetzt nicht der Wettbewerb im Fokus steht. Und solche Events bieten ja Potenzial für die verschiedensten Spielmodi, wahrscheinlich sogar irgendwelche auch für Terrorist-Hand. Ubisoft deutet immer wieder an, dass sie die SMGs, SMG 11, SMG 12 und Bearing 9 abschwächen wollen. Was hältst du davon? An sich fällt ja die CZ auch noch unter die SMG-Kategorie, aber bei der hat Ubisoft bis jetzt nie was gemacht auf dem TTS, die hat sich bis jetzt nie großartig verändert, deswegen zähle ich die erstmal nicht mit. Und Ubisoft gefällt eben nicht, dass Sekundärwaffen wie die SMGs mehr gespielt werden als die Primärwaffen bei den entsprechenden Operatoren. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm, solange der Operator dadurch nicht zu stark ist, ist es doch okay, wenn er nun lieber die SMG statt dem Sturmgewehr spielt. Dazu ist man bei Smoke oder Echo darauf angewiesen, wenn man die Schrubflinte für Rotations spielen möchte. Und ich würde es schon sehr schade finden, wenn man diese Spielweise abschwächen würde und auf einmal wieder Smokes mit einer FNG 9 rumrennt. Bei Hibana und Sledge ist das was anderes, die brauchen die SMG nicht zwangsmäßig, aber ich spiele auch viel mit denen bei diesen Operatoren. Hibana das Sturmgewehr mit Elcock und die Bearing 9 mit Holo und ich laufe schon sehr viel mit der Bearing 9 rum. Aber zu stark finde ich das jetzt auch nicht. Klar, ich könnte bei denen auch ohne die SMGs leben, dann sollen sie die von mir aus von Hibana und Sledge wegnehmen, dass ich dort nur noch die Pistolen spielen kann, aber bitte lasst die SMGs so wie sie halbwegs sind bei Echo und Smoke. Ich denke eben, Hibana und Sledge wären weiterhin noch stark genug. Hibana würde von der Waffenpower näher an Thermite ranrücken, sodass deren Balancing etwas näher zusammenrückt. Falls es doch zu krass ist, kann man immer noch aus Ausgleich irgendwie sagen, okay die Magazingröße von Hibana Sturmgewehr wird ein bisschen erhöht, dafür, dass sie eben die SMG verloren hat. Und ich frage mich immer wieder, warum kann ich eigentlich keinen angewinkelten Griff für das L85 von Sledge und klar auch von Thatcher ausrüsten, weil ich denke, diese Waffe wäre schon perfekt dafür geeignet. Die SMG 12 kann Ubisoft aber gerne abschwächen. Vichel und Dogebi haben beide gute Primärwaffen. Dort können die SMGs durchaus in eine sekundäre Rolle rücken. Bei Dogebi wirkt sie halt als eine super Ergänzung zur DMR. Vichel braucht sie aber nicht unbedingt. Ich nutze sie zwar auch meistens bei ihm, da sie auf kurze Distanz eben super stark ist und einfach nochmal besser als seine Primärwaffe. Und sie haben ja immer noch die CZ. Wäre also schon vom Balancing her ganz gut, wenn diese beiden eben von der Stärke näher aneinander rücken würden. Ich finde halt die SMG 12 ist wirklich stark und ein Nerf ist da schon völlig in Ordnung. Ein Vorschlag, den man immer wieder hört, ist außerdem die Anzahl der Magazine zu verringern, sodass man nur zum Beispiel zwei Gefechte damit führen kann und schon hat man keine Munition mehr. Ist denke ich bei der SMG 12 ganz okay, würde ich erstmal so unterschreiben. Alternativ könnte man die Magazingröße auch verringern, die ist ja bei der SMG 12 schon recht groß. Bei der Bearing 9 und der SMG 11 würde ich aber ein bisschen vorsichtiger sein. Das sind in meinen Augen jetzt auch keine Waffen, die man jetzt unbedingt von heute auf morgen anpassen muss. SMG 12 bin ich voll dabei, die kann durchaus einen Nerf vertragen, aber bei den anderen, ja, kann man sich nur noch ein bisschen Zeit lassen und das genauer verfolgen. Und ja, das war's mit dem Video. Ich bin ab Freitag auf dem Six Major in Paris und werde dort eben die Spiele sehen können, natürlich auch die neue Saison anspielen können, auch Gameplay hochladen können und des Weiteren werde es eben Bilder, Videos, alles drum und dran auf meinem Instagram Account geben. Schaut da gerne mal vorbei, den findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Haut rein. Ciao. Ciao.